Supermango, Sakai Fischfarm, 52 cm frischer Miesoi, Weibli. Wurde als Tosai gekauft, importiert, haben wir hier aufgezogen. Sind sehr schöne Koi, sauber, haben wir gute Qualität. Sind nicht anfällig für Jimmy, also für diese schwarzen Pumpe auf der Haut. Wir haben dreijährige da, mit 75 cm, haben keinen Jimmy, nix. Also sehr gute Blutlinie.